Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV Video Wochenschau. Hier wieder ein paar Meldungen des Tages für euch. Neues Gesetz soll Prostituierte vor Ausbeutung schützen. Die Behörden überprüfen auch die Prostitutionsstätten. Genügen die Räume nicht den gesetzlichen Anforderungen oder sind Sexanbieter nicht angemeldet, droht ein Bußgeld. Bis zu 50.000 Euro können fällig werden. Gute Nachricht für die Musikschule in Neunkirchenförden. Die Gemeinde wird die Arbeit der Einrichtung zwischen 2018 und 2020 jährlich mit 65.000 Euro unterstützen. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Die Musikschule sei eine wichtige kulturelle Einrichtung, hieß es. Und nicht vergessen, noch bis zum 24.12. könnt ihr jeden Tag etwas bei uns gewinnen. Dafür einfach bei unserem OV Video Adventskalender mitmachen. Auf unserer Homepage www.oldenburgischer-volkszeitung.de. An dieser Stelle einmal liebe Grüße an Thomas Wedig. Wehe, du hast heute nicht zugeschaut. Ich habe heute tatsächlich daran gedacht, dir einmal auf diesem Wege Grüße zu senden. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent und hoffentlich nicht ganz so viel Trubel und Stress in der Vorweihnachtszeit.